Hallo, hier ist Pauli, euer Pilgerneresel. Diesmal auf einer Ferry von Camina. Da hinten fahren wir jetzt über den Fluss Mino bis nach Spanien mit der Fähre. Ja, ja, anders kommt man hier nicht rüber. Wir wollen jetzt versuchen, an der Küste bis Vigo zu laufen. Leider wurde Regen angesagt. Wir werden mal gucken, ob es geht. Wenn nicht, schlagen wir uns wieder zum Zentral durch. Haha, wir schaffen das schon. Guckt mal, Autos fahren hier auch mit. Gibt sogar einen Pilger, der auch mit da ist. Der sitzt aber unten im Waben. Ein Englisch sprechender. Ja, da über die Brücke sind wir damals gegangen, als wir von hier Richtung gekommen sind. Hier also aus Valenza. Damals, vor vielen Tagen. Yo, das ist der Mino. Heute nicht so viel zu sehen, weil das Wetter, seht ihr ja selber. So, gleich sind wir drüben. Heute ist der 7. Dezember, meine lieben Leute, in Deutschland. Und uns steht das Wasser noch nicht bis zum Hals, denn wir sind ja auf der Fähre. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Ja, da kann man Pilger doch mal von der anderen Seite sehen. Haha, habt trotzdem gute Laune. Ja, ihr Lieben. Da hinten sehen wir geheimnisvolles Spanien. Was uns da wohl erwarten wird. Hehehehe. Da vorn ist wieder Land in sich. Hehehe. Hehehe. Ja, ihr Lieben. Wir melden uns weiter und wieder aus Spanien. Euer Pauli, der liebe Pilger der Esel und der Markin ist auch dabei.